herzlich willkommen liebe leute zu dem was mein erstes youtube video werden könnte müssen wir mal sehen ich habe zu hause ein chin mount an den helmen gedübelt ich habe meine kamera dran gemacht bin mit meiner suzuki gsx 8s unterwegs die voraussetzungen sind jeweils gut das wetter ist mega wir sind auf dem weg in die eifel also schauen wir mal was wird let's go na ich glaube jetzt läuft sie erst sehr sehr schlau sehr sehr schlau sehr sehr schlau diese ganzen pieps zeichen keine ahnung was sie bedeuten sie bedeuten auf jeden fall nicht dass ich aufnehmen und reden kann offensichtlich ja anfänger fehler also kann nur besser werden also eins habe ich jetzt festgestellt ich habe ja meinen sena mit der gopro verbunden um den ton aufzusprechen aber die ansagen vom navi funktionieren dann irgendwie nicht mehr finde ich komisch und scheiße wenn ich unterwegs bin bin ich doch immer völlig lost also muss ich mir da wohl noch irgendwas einfallen lassen heute sind auch so viele insekten unterwegs schon 100 fliegen mücken und sonst was getötet einfach vielleicht das visier mal sauber machen direkt sind heute im ersten sommertag einfach alle wach geworden und wollen sterben schwein boah alter was sind das für schweine alt habt ihr die gesehen das ist keine schweinchen das sind einfach fette schweine im wahrsten sinne des wortes er chillt hier auch sein leben einfach oh mann der auf dem dorf ist zu geil da ist das leben noch in ordnung genauer wicht genauer wicht naja naja muss auch hier lang die 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 und jetzt doch nicht hier lang links zu viele kleine gassen wo sind wir denn hier ist das hier mittelerde ich glaube das navi hat immer noch keine ahnung wo ich bin da haben wir auf jeden fall was gemeinsam so das sieht aus wie eine straße wir haben es manchmal keinen da haben wir also auch so schön da haben wir auch hier da sind eine straße da sind wir gerade Das war's. Steht einfach ein Bus. Steht einfach ein Bus rum. Wo sollen wir denn rechts? Wo geht es denn hier rechts? Was ist denn los? Das ist doch kein Weg. Steht da mit Kalimoto und ich. Fahren wir einfach lang? Dann fahren wir da jetzt mal lang. Völlig fremdbestimmt. Die Maschinen sagen mir, was ich tun soll. Boah, dieser Asphalt teilweise. Wäre geil, wenn der neu wäre. Ich sage euch, wenn ich irgendwie Milliardär wäre, würde ich einfach alle Motorradstraßen neu ausfalten lassen. Für geilen Grip. Natürlich nur, damit man sicher darauf fahren kann. Ich sage euch, wenn ich die Maschinen komme. Sagen wir gehen jetzt einfach mal da hoch. So, 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 so. Junge, Junge, ich bin auch noch nie mit der Fähre gefahren. Alter, der röhrt auch ordentlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, hier riecht auch gar nicht nach Gras. Alter, hier ist doch ein Kifferclub irgendwo. Da ist es doch krass. In dem Auto würde wohl keiner kiffen. So Leute, ich probiere jetzt noch Fleisch für ordentliche Burger. Dann lasse ich den Abend am Grill ausklingen. Und dann ist der Tag wahrscheinlich wieder rum. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.